In diesem kurzen Video geht es um ein neues Buch zu den komplexen Zahlen. Wie man an dem Cover schon erkennen kann, geht es um den Einsatz der komplexen Zahlen in der Elektrotechnik, j² gleich minus 1. Es geht darum, wie man Wechselstromnetze berechnen kann, ohne kompliziert mit Zeigerdiagrammen zu hantieren, sondern direkt die komplexen Zahlen verwenden kann. Das Buch baut auf dem grundsätzlichen Wissen von Zeigerdiagrammen auf. Das heißt, man sollte schon von Zeigerdiagrammen gehört haben und Zeigerdiagramme anwenden können. Und aufbauend auf diesen Zeigerdiagrammen führt dieses Buch nun die komplexen Zahlen ein. Schauen wir direkt einmal ins Buch. Dann sehen wir nach dem Cover schon direkt das Inhaltsverzeichnis. Hier wird erstmal erklärt, was komplexe Zahlen sind und warum man die komplexen Zahlen verwendet. Und vor allen Dingen die Grenzen von Zeigerdiagrammen werden aufgezeigt, sodass man schnell sehen kann, dass man mit Zeigerdiagrammen doch nicht so weit kommt, dass man auch wirklich komplizierte Netzwerke berechnen kann. Und dann wird zunächst einmal vorgestellt, was komplexe Zahlen eigentlich sind, wie man mit diesen komplexen Zahlen rechnet. Und weiter unten werden dann die komplexen Zahlen in der Elektrotechnik angewendet. Das heißt, wie verhalten sich die einzelnen Bauteile, wie werden diese Bauteile mit komplexen Zahlen beschrieben. Und dann geht es darum, Beispiele vorzurechnen, wie werden komplexe Zahlen in der Elektrotechnik tatsächlich angewendet. Schauen wir mal weiter ins Buch. Hier gibt es nochmal einen kleinen Verweis auf mein älteres Buch. Hier geht es um Zeigerdiagrammen in der Wechselstromtechnik. Das heißt, für diejenigen, die sich mit Zeigerdiagrammen noch nicht so auskennen, können dieses Buch nehmen, um letztendlich das Wissen nochmal vorzubereiten bzw. aufzufrischen. Und dann geht es, wie gesagt, es geht darum, was sind Zeigerdiagramme, was sind komplexe Zahlen. Hier sieht man auch schnell die Grenzen der Zeigerdiagramme. Und dann geht es darum, wie komplexe Zahlen eigentlich aussehen, um die verschiedenen Darstellungsformen und die Berechnungen mit komplexen Zahlen, Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division. Warum j² gleich minus 1 ist, wird hier erklärt. Und dann geht es schon darum, wie die komplexen Zahlen in der Elektrotechnik verwendet werden. Das heißt, wie Induktivitäten mit komplexen Zahlen beschrieben werden, kapazitive Bauelemente beschrieben werden. Hier geht es weiter mit der Berechnung eines komplizierteren Beispiels, eines komplexen Spannungsteilers mit Induktivität, Kapazität und ohmschen Widerständen. Und dieses Beispiel wird zunächst einmal zu Fuß vorgerechnet. Das heißt, die komplexen Zahlen, die komplexen Kloppen, komplexen Rechnungen werden Schritt für Schritt durchgeführt. Und dann anschließend gibt es nochmal ein Video dazu, wie man mit dem Taschenrechner diese komplexen Zahlen berechnen kann. Das heißt, man gibt anschließend, wenn man mit dem Taschenrechner arbeitet, die komplexen Zahlen nur noch in den Taschenrechner ein. Und spart sich letztendlich diese manuelle Berechnung, sondern lässt das alles in den Taschenrechner machen. Dann geht es um die komplexe Leistung, also wie man Leistung entsprechend mit komplexen Zahlen beschreiben kann und berechnen kann. Und dann geht es noch weiter mit Beispielen, eine Umformung von Schaltungen, also eine Parallelschaltung umgeformt in eine Reihenschaltung, wie man das mit den komplexen Zahlen sehr leicht berechnen kann. Und entsprechend umgekehrt genauso eine Reihenschaltung in eine Parallelschaltung.